Die letzte Szene zwischen Peter und Gott, die an einem abgelegenen Ort spielt, führte uns an einem wunderschönen Sommertag auf die Frauenalpe. Von der Murauer Hütte aus ging es auf die Bernhard-Festhütte, aber der Aufstieg musste hart erarbeitet werden. So, fahr'n wir. Ja, fahr'n wir. Fahr'n wir. Aber jeder muss dahinten sitzen, mit dem ganzen Equipment. Das geht schon. So, viel zum Bergsteigen in der Früh. Perfektes Wetter heute. Auf, 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 auf dem Berg. Schau, schön im Plan. Fünf vor acht. So schaut's aus. Heißer Wetter heute, hm? Heißer Wetter heute, hm? Ja, das ist, glaub' ich, Kaiserwetter. Der Direktor, oder? Wissen wir schon, wo? Heim. Und Gipferkreuz. So, aber zuerst wird noch gearbeitet. Dann machst du doch wieder anpacken. So, heute brauchst du nicht mehr anfühlen. Das ist schön. Warte, ich will nicht. Du musst verschließen. Den letzten Weg zum Gipfelkreuz legten wir zu Fuß zurück. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Ed, Georg und Lukas Frisch, die uns auf dieser regulären Versorgungsfahrt mitgenommen haben und es uns erspart haben, das gesamte Equipment per PEDES auf die Frauenalpe zu schleppen. Ja, Moment. Achso. Ja. Ja. Aber was ist mit den Mandarinis? Wir müssen zurück. Mach dir keine Sorgen. Heute ist der internationale Tag der Mandarinis. Wichtig bei solchen schwer zugänglichen Drehorten ist es natürlich, das Material sofort zu kontrollieren, sofort zu sichten, bevor man weiter tritt. Ja. 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 Der weiße Punkt da unten, das ist der Andreas. Fertig mit den Dreharbeiten. Der Jeep steht bereit. Wer schnauft denn da so oder her? Verschluss auf der Frauenalpe.